so leute und damit herzlich willkommen hiermit auf meinem kanal ich bin's euer tobi schön dass ihr dabei seid und ja endlich zu 2021 ja meine güte was war 2020 bitte für ein jahr ich sag mal so schlechter kann es schon gar nicht mehr werden ich hoffe ihr habt silvester altwegs gut verbracht und wir spielen gegen den altraum ja ich spiele jetzt hier mit dem neue überlebende überlebende drin die er ist elodie keine ahnung und zwar mit fliegen befreiung entscheidungsschlag und innere kraft ja ja mensch er ist das schön so dann setzen wir uns mal hier noch mit lang ach ja lassen wir knallen hier ok nein er tun es ist wieder so ein spieler ja gut na david king wo wollen wir hin ja der drei tanker sind nun da und stirbt ja dann hat er auch noch diese zwei so schnell hat er schon den ersten perfekt perfekt ich weiß nicht kann man sich aufwecken ne geht nicht klar durch diesen weggang naja naja versoring schalta Mann versinnen das war aber cross vers vers ris Ja, jetzt stellt mir bloß eine Frage, wo ist jetzt der Friedrich Krüger? Herr Körnitz, wo ist der? Hä? Ist der jetzt kaputt gegangen? Boah, okay, dann machen wir einfach mal weiter. Ach, Tachchen! No, he's slow. Ah, okay, jetzt hat er ihn gefunden. Ja, hey! Nach 80 Jahren! Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, wer macht denn das noch? Oh Gott! Oh Gott, dann auch noch im Keller! Ja! Ja, okay, dieser Killer. Er kennt keinen Abarmen. Ach, du heilige Abinnern! Ach, du heilige Abinnern! Kannst du vergessen, ich suche mir einen anderen Weg, echt! Junge, 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 was für ein Camper! Aber jetzt muss ich mal gucken, ach da hinten! Ja, mach ich stattdessen lieber einen Gen-Esch, ganz ehrlich! Er bringt doch mehr! Alter, wie der Tunnel da, alter, unfassbar! Ich hab' bis jetzt noch nicht mal einen Überlebenden vom Haken geholt. Wie soll ich denn Befreiung machen, echt? Naja, okay, wenn ich Glück habe, dann könnte ich den jetzt hier fertig machen und dann entkommen, aber wenn er jetzt mit Blutwächter spielen sollte, dann wird's kritisch. Aber zum Glück ist das so, er kämpft nicht alle Generatoren ab. Also, heißt, habe ich zwei, drei, zwei, eins, bam! Ich schätze, er spielt noch nicht lange mit Freddy oder so. Jetzt muss ich ihn aber übereinigt, dass er dann wirklich Blutwächter hat oder so. Dann brauchen wir zu sehen! Oh Gott! Fuck! Schwe educated sie estr нельзя. Oh Gott, some shorts! O Flash! followed her! Hoax! zeptorschule? Hoax! Oh, Pablo! Ich war bestimmt heute mit Kleiner... Seid. Oh! Und so Leute Das war es jetzt von mir gewesen Ich hoffe es hat euch Spaß gemacht Und ja Am Dienstag geht es dann auch wieder weiter Und jetzt bringe ich dann halt Ihnen wieder so eine Woche Wieder zweimal Immer schöne Videos hoch für euch Damit Leute macht es nicht gut Sondern macht es besser Das war es von mir Und man hört sich oder man sieht sich Denn Dienstag Ciao